Hallo und willkommen zu tooltime.de, eurem YouTube-IT-Kanal. Toll, dass ihr das Video angeklickt habt. In diesem Video will ich euch mal zeigen, wie man bei so einem Medion Akoya Notebook die Festplatte ausbauen kann und gegen eine andere Festplatte oder eine SSD tauschen kann, wie man an das RAM rankommt, wie man hier das optische Laufwerk, das DVD-Laufwerk, ausbauen kann und wie man den Lüfter reinigen kann. Medion Akoya Modelle gibt es natürlich verschiedene. Die sind alle prinzipiell ähnlich aufgebaut. Es kann natürlich sein, dass euers ein bisschen anders ist. Dann schaut einfach mal hier oben in der Video-Playlist. Da gibt es noch mehrere Videos zu Medion Akoya Notebooks. Zuerst das Notebook natürlich mal runterfahren und ausschalten. Nachdem man das Netzteil abgezogen hat, sollte man hier auch den Akku entfernen. Diese Akkus, die sind immer mit so Riegeln verriegelt. Einmal hier ist einer und dann einer hier. Meistens sind das zwei und dann kann man den Akku so rausnehmen. Am leichtesten sind die optischen Laufwerke allermeistens auszubauen. Das ist jetzt hier das offene Laufwerk. Also hier hatte ich als es an war auf den Auswerfen Knopf gedrückt. Dann kann man das hier besser nehmen. Da gibt es immer eine Schraube, die ist am Ende des Laufwerks. Also hier. Die kann man rausschrauben. Die hält dieses Laufwerk im Notebook fest. Ansonsten ist das Laufwerk mit einem SATA-Stecker befestigt. Jetzt habe ich diese Schraube mal rausgeschraubt und da kann man das Laufwerk ganz vorsichtig einfach hier so rausziehen und schon ist es draußen. In diesen Schacht könnt ihr einen Adapter reinstecken und in den Adapter eine Festplatte oder ein SSD-Laufwerk einbauen. Also wenn ihr euer optisches Laufwerk nicht braucht, könnt ihr es ausbauen und gegen eine SSD oder gegen eine Festplatte tauschen. Bei den Akkuya Notebooks gibt es unten entweder eine große Klappe oder zwei kleine. Bei diesem sind es zwei kleine. Einmal hier ist so eine Klappe aus Plastik und einmal hier hinten die große. Unter der kleinen Platte sind meistens die Festplatten oder SSDs. Diese kleine Klappe bei diesem Notebook, die ist mit zwei Schrauben festig. Die habe ich hier schon mal rausgeschraubt. Schraube Nummer 1 und Nummer 2. Dann kann man diese Klappe hier entnehmen und hier sieht man dann die Festplatte oder die SSD, je nachdem was in eurem Notebook eingebaut ist. Da gibt es auch zwei Schrauben, mit denen sind diese Rahmen meistens noch mal im Notebook befestigt. Habe ich schon mal rausgeschraubt und dann gibt es hier so eine Plastiklasche. Die kann man so nehmen und so rüberziehen und dann hat man die Platte ausgebaut. Diese Festplatten, die sitzen meistens noch mal in einem Rahmen drin. Hier unten sieht man diesen Rahmen ganz deutlich. Der ist mit 1, 2 und auf der anderen Seite noch mal 3 und 4 Schrauben an der Platte befestigt und die muss man alle rausschrauben. Hier habe ich diese 4 Schrauben schon mal rausgeschraubt. 1, 2, 3 und 4. Die waren hier in dem Rahmen drin und haben die Festplatte festgehalten und hier nehme ich jetzt die alte Platte raus und dann kann man in der gleichen Richtung natürlich die neue so einbauen oder wenn ihr ein SSD einbauen wollt, dann baut ihr die SSD hier in den Rahmen ein. Hier vorne sind die SRTA Anschlüsse und dann kommen die Schrauben wieder rein. Ich habe die neue Platte in den Rahmen reingesetzt und alle vier Schrauben schon mal reingeschraubt, aber die sind alle noch lose. Dann hat das hier so ein bisschen Spiel und danach kann man die fest schrauben. Die neue Platte oder SSD die wird einfach hier reingelegt und dann so reingeschoben und dann hier festgeschraubt. Wenn dann die Schrauben hier wieder drin sind, kommt dann wieder der Deckel drauf und der wird dann auch wieder zugeschraubt. Die allermeisten Medien Notebooks haben hier noch mal so eine große Klappe, die ist mit ein paar Schrauben befestigt. Hier sind es vier Stück, die habe ich jetzt rausgeschraubt und dann kann man diese Klappe hier einfach entfernen und dann hat man prima Zugriff auf die RAM Module oder auf den Lüfter oder die Heatpipe oder hier hat es sogar noch einen zweiten Einbauplatz für eine Festplatte oder SSD. Hier bei diesem zweiten Schacht für eine Festplatte oder SSD muss man beachten, dass die Platte einfach nur so reingeschoben wird und dann liegt die hier drin. Die hat allerdings natürlich noch hier ein bisschen Spiel und auch nach vorne. Da gibt es entweder, je nachdem was ihr für ein Modell habt, noch einen extra Rahmen, genauso wie der hier drüben drin war oder ihr müsst die Platte hier mit ein bisschen Schaumstoff fixieren, dass die nicht rausfällt. Elektrisch und kontakttechnisch ist sie schon richtig befestigt, also das Notebook erkennt die Platte jetzt sofort. Hier vorne sieht man den Lüfter. Der Lüfter kühlt die CPU, das ist diese hier und die Grafikkarte, die ist hier drunter. Bei den meisten Medion Notebooks ist das sehr praktisch gemacht, da macht man diese Klappe ab und kommt dann direkt dran und wie man hier auch sieht, ist er sehr schmutzig, der muss also dringend mal sauber gemacht werden. Wie man das macht, da gibt es ein eigenes Video, da blende ich hier eine Infokarte mal ein, da seht ihr dann, wie man hier den Lüfter sauber macht und wie man hier die Wärmeleitpaste oder die Wärmeleitpads auch erneuert. Hier links sind die RAM-Module zu sehen, bei Medion Notebooks sind das meistens zwei Steckplätze, zwei Steckplätze für SO-DIMM-Module und die kann man hier so raus machen. Wenn ihr nur eins habt, dann könnt ihr das noch erweitern oder ihr macht beide raus und macht größere Module rein, dann habt ihr entsprechend mehr RAM. Hier hinten ist noch das WLAN-Modul oder das Wifi-Modul. Das sind die beiden Antennen, die man hier sieht. Die kann man abmachen, die Antennen und das Modul ausbauen, braucht man meistens nicht. Die meisten Module sind gesteckt, warum auch immer und das kann dann nicht so bleiben, wie es ist. Neben dem WLAN-Modul ist diese Plastikkappe oder Plastikklappe. Bei einigen Medion Notebooks ist hier eine Knopfzelle drunter, die CR2032, die puffert dann die CMOS-Daten. Die kann man hier rausnehmen, die Knopfzelle. Hier bei dem Modell ist aber keiner. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und es hat euch ein bisschen was gebracht. Wenn ja, gebt dem Video doch einfach einen Daumen hoch und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt die unten in die YouTube-Kommentare. Da antworte ich gerne drauf. Schaut mal in der YouTube-Videobeschreibung. Da findet ihr auch den Link auf die Seite hier bei tooltime.de. Da gibt es noch weitere Fotos, Tipps und Tricks, wie man so ein Medion Notebook umbaut und da findet ihr auch noch andere Videos zu Medion Notebooks. Hier blende ich noch ein paar Videos ein, die ihr auf dem Kanal findet. Da seht ihr dann dutzende Videos, wie man Windows 10 installiert oder Windows 10 Probleme beseitigt, wie man Notebooks auseinanderbaut und repariert, wie man Drucker in Stand setzt oder Druckköpfe reinigt oder wie man Festplatten klont. Schaut euch einfach mal um auf dem Kanal, da sind bestimmt auch ein paar Videos für euch dabei und würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert.